Ja, also wir haben wie eigentlich immer vor den Turnieren eine große Excel-Tabelle erstellt mit allen Kindern drin, mit der Betreuung morgens, mittags, abends, nachts. Also es ist wirklich eine Riesentapete. Da muss man schon Stunden auch investieren und zusammensitzen mit den Großeltern, mit den Schwiegereltern, mit den Männern. Freunden teilweise auch, die unterstützen und eben schauen, dass die Kinder versorgt sind. Natürlich ist es wünschenswert, dass man in Zukunft mehr Frauen sieht. Wir sind aber, das haben wir, glaube ich, in der Vergangenheit schon immer betont, kein Fan der Quote. Also wenn Frauen sich beweisen und die Leistung bringen, muss der Weg für die Frauen offen sein und die Gleichberechtigung gelebt werden. Wir geben mittlerweile auch wahnsinnig viel Autogramme, bekommen Nachrichten. Ich habe jetzt gerade auch während dieser EM jetzt wieder eine Nachricht bekommen von einem Vater, der schreibt, dass seine Tochter eigentlich nie so richtig Handball spielen wollte. Und jetzt auch in der Halle dabei war und jetzt möchte sie unbedingt Schiedsrichterin werden. Und das sind natürlich so Nachrichten, da freut man sich riesig drüber. Und das Schöne ist auch, dass es tatsächlich nicht nur Mädchen sind, sondern auch Jungs. Also auch Jungs kommen und sagen, ihr seid meine Vorbilder. Wir machen ganz viele Fotos mit Fans. Ja, und das ist natürlich schön. Ich meine, ich glaube, das macht jeder gern, auch mal das Positive mitzunehmen, wenn man doch als Schiedsrichter ja auch oft mal die negativen Punkte mitnehmen muss. Freut man sich darüber. Und ich glaube, dass dieses Schiedsrichterbild in der Gesellschaft, glaube ich, immer, immer positiver gesehen wird. Und daran wollen wir natürlich weiterarbeiten. Und deswegen versuchen wir auch, ein gutes Vorbild zu sein. Ja, ich glaube, es ist wie für jeden Sportler eine Riesen-Ehre, bei so einer Europameisterschaft dabei sein zu dürfen. Das ist das Ziel von jedem, irgendwo so ein Turnier mitmachen zu dürfen. Und das ist natürlich Wahnsinn, gerade bei der EM hier im eigenen Land mit den vollen Arenen. Man muss einfach auch sagen, also ein großes Lob an die Fans hier. Es ist toll, dass nicht nur die deutschen Spiele ausverkauft sind, sondern auch fast alle anderen Spiele. Und wir sind noch in der Vorrunde. Also es ist überwältigend und macht einfach einen Riesenspaß. Und wir sind noch in der Vorrunde.